Das ist ein Bullet. Ich bin eigentlich so ein Bullet-Stummel. Ich bin nicht so in Schachstimmung heute. Ich weiß nicht genau. Was ist Studioses hier? Tom E5 war so ein typisches Studiose-Manöver. Stimme, Stimme, Nirgenbuch. Sieht komisch aus, aber steht mit Sicherheit in Nenken. Schnell ist gut. Der weiß ja schon. Nicht mehr Theorie, Francesco? Okay. Okay. Spielt schon wieder stark, heute ist das ein Tag wo alle gut spielen, das sind ja immer die liebsten Tage, mir fällt überhaupt nichts ein, ich stehe auch schlecht, das macht es nicht leichter, aber der Kopf ist leer. Okay, die gewinnst du, aber jetzt geht es anders rum. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 2005, er ist 8 Jahre alt, rechnen können wir. King Power, 1 Jahre alt, rechnen können wir. Green Power, equivine Nashung, UV-F Μ, Sございます share fark, 1 Jahre alt, rechnen können wir auch das Okay, er ist besser als ich. Das macht es nicht leichter. Aber jetzt mit Fokushose wird alles anders. Warum spiele ich Schach-Jet? Anderes Thema. Wenn es halt für den Quatsch. Das hier hat bestimmt einstudiert. Läufer C5 kam so schnell. 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 Bullitt ist auch nicht so das kommunikativste Spiel, ne? Wir müssen doch über die Gesamtsituation reden. Chat. Ich kann so spielen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie schnell ich auch verwirrt bin. Aber er spielt auch gut. Muss man wirklich zur Abwechslung mal unironisch sagen. Ich spiele wirklich stark. Und ich spiele viel zu los. So, was habe ich keine Chance. Ich muss ihn halt irgendwie erwischen. Weiß nicht leicht. Er hat seinen Königssinn ein bisschen einstudiert. Nicht so gut einstudiert, aber ein bisschen. Das ist nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Too langsam Too langsam Wer seid dieser Chesspunks? Wer seid dieser Chesspunks? Chesspunks sind Adult Improver im Schach, die, weil sie so edgy sind, so, darüber diskutieren, ob man besser Bücher lesen sollte oder Schachaufgaben lösen und so. Deshalb nennen sie sich Chesspunks. Jaina, was geht ab? Wie ist das Eheleben? Ach, wir spüren Bullet, ne? Ich sollte nicht labern beim Bullet-Spiel. C5, Schatz, so. Ich komme nach dem und jetzt lief, Diagnoseat ignorance für das Eheleben. Und jetzt sage ichst Hankbb girlfriend, пыт mich jetzt nicht mal geil, weil es so那ig ist, wenn hier gut war, 很有gl notification, dann komme ich mir überraschend Holocaust. weil ich mir ö로, Töck, Töck, Fortschritte. Ach, Chat, Alter.